. 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 Sie sind sehr curious, Sie sind die Kümmen. Was Sie sind hier? Sie sind sehr curious. Sie wollen Sie die Triple Y? Warum, wenn, wo, wie, all diese Fragen. Hier, 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 hier. Das ist hier. Sie ist haubert. Sie ist in der Karte. Das ist mein Tau. Sie ist haubert. Sie ist in der Karte, und Sie sind in der Karte. Sie sind in der Karte. So, the store needs 200 years now than usual and me. So, now they said that it is a gene that regulates the longevity, and can be controlled, you know, I can't remember, the scientific, American scientific magazine, one article, very interesting, I just read it in my email, by the way, I did not even receive the magazine yet, however I will receive, and I will come back to you with some news about that, it's said that gene, and of course environment, and lifestyle will affect little longevity, life itself, yes, 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 this one will affect little longevity, see, see, all right